Mali-Rebellen töten 20 Wagner-Söldner in Kämpfen gegen Regierung, die Rebellenallianz behauptet, dass sie bei dem Gefecht in der Region Kidal im Norden Males mindestens 20 Wagner-Söldner getötet haben. Die Wagner-Gruppe, eine private Militärfirma aus Russland, ist berüchtigt für ihre Beteiligung an verschiedenen Konflikten auf der ganzen Welt. Die malische Militärregierung hat bisher keine Stellungnahme zu den Berichten abgegeben. Es ist jedoch bekannt, dass sie die Unterstützung von Söldnern der Wagner-Gruppe in ihrem Kampf gegen die Rebellen erhalten. Die Rebellen wiederum kämpfen für die Unabhängigkeit und Autonomie der Tuareg-Bevölkerung in der Region. Die Situation in Mali bleibt weiterhin instabil und die Gewalt eskaliert. Die internationale Gemeinschaft hat sich besorgt über die zunehmende Präsenz von Söldnern in dem Konflikt geäußert und fordert eine politische Lösung für die Krise. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickeln wird und ob es zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen den Rebellen und den Wagner-Söldnern kommen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017